Das sind nur Aufträge, okay. Ja, so kann ich speichern. Also wirklich über das Save-Menü speichern. Also gut, wenn ich es mit den Pixies aufnehmen will, brauche ich bessere Einheiten. Oder mit den Feen. Ja. Gehen wir. Gehen wir. Das ging gerade wirklich schnell. Die haben auch fast kein Leben, wenn man es sich so ansieht. Die hier haben mehr Leben. Ja. Gehen wir. Ja. Da haben wir wieder die Briganten, die wir erstmal in Ruhe lassen. Ja. Das heißt, wir gehen erstmal wieder hier lang. Töten den Bären und holen uns die Tue. Wen töten? Jawohl, Sir. Gehen wir. Ja. Ja. Gehen wir. Ja. Wen töten? Nimm das! Jawohl, Sir. So, war knapp diesmal. Aber haben's geschafft. Ja. Wen töten? Nun, wir wissen nicht. Wir dienen dem Kaiserreich. Wir dienen dem Kaiserreich. So, das Leben erholt sich langsam wieder bei ihm. Auf euer Kommando. Und wir haben genug Erfahrung für den ersten... Das erste Upgrade wieder. Na ja, die Goblin-Karawane sieht auch toll aus mit dem Goblin, der da drin steht. Auf euer Kommando. Auf euer Kommando. Es gibt insgesamt... Ja. Fünf spielbare Völker in diesem Spiel. Ja. Also neben den... Ähm... Gegnern, wie den Briganten oder den Pixies zum Beispiel. Oder den Bären jetzt. Gibt es halt die Menschen. Ich glaube, Elfen gibt es auf jeden Fall noch. Ob es Zwerge gibt, bin ich mir gerade nicht sicher. Aber Goblins auf jeden Fall. Ja. Gott sei Dank für alle heraus. So, wir haben... Mit Vergnügen. Ja. ...unsere zweiten Truppe. Ja. Das heißt, die Karte wurde aktualisiert. Wir nehmen den Auftrag an und... Karte, Aufträge erst mal gucken. Und speichern jetzt hier mal. Als Let's Play. Gehen wir. Auf euer Kommando. Ja. So, die Pixies lassen wir in Ruhe. Auf euer Kommando. Wir können uns aber mit dem Paar Wildschweinen hier zum Beispiel anlegen. Wir dienen dem Kaiserreich. Wir dienen dem Kaiserreich. Also, wenn ich jetzt gerade auf die Karte gucke, sehe ich Wildschweine. Ja. 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 So, erst mal ein bisschen schießen. Ja. 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 Oh, da hinten sind Schuhe. Also ja, wir sollten auf jeden Fall mitnehmen, was geht. Ja. Gehen wir. Ja. Er erhöht gleich die Geschwindigkeit. Jawohl, Sir. Sollten wir also lieber unseren Fernkämpfern geben? Ja. Ja. Auf euer Kommando. Ja. Auf euer Kommando. So, dann kümmern wir uns auch um die Paar Wildschweinchen hier oben. Ja. Ah. Da Wildschweine jetzt nicht gerade ernstzunehmende Gegner sind, also in diesem Spiel, im echten Leben würde ich mich niemals mit dem Wildschwein anlegen. Gehen wir. Hier sieht's auch noch so aus, als ob's was geben könnte, aber tut es nicht. Gehen wir. Ja. So, das heißt, wir können jetzt weiterziehen. Wir können uns mal kurz die Karte angucken. Also hier gibt es noch zwei Bereiche, die wir uns angucken können. Ja. Also einmal da hinten, da ist wieder so ein Dom und hier ist ein verlassenes Haus. Und da wäre wieder unsere... Gehen wir. Unser Turm. Ja. So, hier sind die Brigaden. Mit denen wir uns anlegen könnten jetzt theoretisch. Gehen wir auf euer Kommando. Gehen wir auf dem Spiel zu gehen. Ja. Und ja. Wir speichern hier lieber nochmal. Ja. Gucken erst mal, was wir an diesem Baum machen können. Oh. Uns mit einem Triant anlegen. So wie das aussieht. Ich kann nicht noch mehr Krieger kontrollieren. Ja, gut. Gehen wir. Ein Spirit kann ich gerade nicht rufen. Auf euer Kommando. Jawohl, Sir. Ja. Wir dienen dem Kaiserreich. Mehr Blut. Wir dienen dem Kaiserreich. Mehr. Okay, wir haben einen Soldaten verloren. Zwei Soldaten. Gut, das heißt, der ist noch zu stark. Sollten ihn also erst mal in Ruhe lassen. Auf euer Kommando. Ja. Das heißt, ich habe die Wahl. Oh, Zombies. Zombies sind auch nicht so. Ja. Ja. So. Ah, gut. Passend. Gut. Das war's. Du bist ein toter Mann. Mit Vergnügen. Wohin gehen? Sind schon so gut wie da. Wir dienen dem Kaiserreich. Ja, Zombies vergiften, wie man sehen kann. Das heißt, wir warten hier mal. Oh. Hoffen, dass uns die da nicht wegsterben? Jawohl, Sir. Oh. Auf euer Kommando. Mit Vergnügen. Gehen wir. Gehen wir. Die stecken sich gegenseitig an auch noch. Jawohl, Sir. Auf euer Kommando. Mit Vergnügen. Jawohl, Sir. Und sterben. Okay. Hat sich's jetzt ausgestorben, endlich mal. Die sind ordentlich vergiftet worden, ey. Mit Vergnügen. Auf euer Kommando. Ja. Ja. Auf euer Kommando. Mit Vergnügen. Ja. Gehen wir. Okay, das Gift hat aufgehört. Gehen wir. Das heißt, wir können uns mal wenigstens angucken, was die Zombies bewacht haben. Oh, noch mehr Zombies. Gehen wir. Auf euer Kommando. Ja. Wir dienen dem Kaiserreich. Gehen wir. Gut, das heißt, das können wir auch erst mal vergessen. Ja. Gehen wir. Okay, und da sehen wir, warum die Bidanten hier ein Problem sein könnten. Mehr. Wir dienen dem Kaiserreich. Die haben vor allem den ziemlich stark zu, diesmal. Ja. Mehr. Also ja, ich würde sagen, wir laden wieder. Und gucken jetzt erst einmal, dass wir die Goblin-Karawane... Auf euer Kommando. ...über den Fluss bringen und zu ihrem Bestimmungsort. Auf euer Kommando. Ja. Ja, und das hier hinten auf jeden Fall meiden. Das ist nämlich der Friedhof. Gehen wir. Wo die hier herkommen. Die Skillnette. Auf euer Kommando. Mit Vergnügen. Ja. Ja. Gehen wir. Ja. Gut, die Skelette halten schon mal die Bauern vom Sägewerk fern. Und das ist etwas, was ich aus der ersten Mission noch weiß. Die erste Mission ist nämlich eine der schwierigsten. Gehen wir. Ist halt, dass, ähm... Auf euer Kommando. Ja, die Skelette hier immer wieder respawn. Auf euer Kommando. Ja. Auf euer Kommando. Gehen wir. Vielen Dank, guter Herr. Lasst mich euch entlohnen. Denkt immer daran, wenn etwas passiert, werden die Goblins erfreut sein, euch zu helfen. Gut. Ja. Wir haben etwas... Wir dienen dem Kaiserreich. ...gekriegt. Ja. Gehen wir. Wir haben wieder unseren... Punkt frei. So, also Goblins. Wir dienen dem Kaiserreich. Ja. Können jetzt noch mal speichern. Auf euer Kommando. Ja. Ja. So, Skelette. Aha. Das war's. Du bist ein toter Mann. Gut. Sind schon so gut wie da. Nun, wir wissen nichts. Sind schon so gut wie da. Gut. Zielen. Mit Vergnügen. Ja. Ja. Mehr. Mit Vergnügen. Euer Kommando. So, unsere Schützen haben... Euer Kommando. ...die nächste Stufe erreicht. Sind jetzt... Veteranenschützen. Du bist? Trigonier. ... Hofstra. V Тем Utah... ...diWhoa. ... Das ist ein... ... ... Wir dienen dem Kaiserreich Ja So, jetzt können wir wenigstens mal Heilung benutzen Jawohl, Sir Gehen wir Sind schon so gut wie da So, die Bauern sind vorbeigezogen Da kommen schon die nächsten Skelette Ja Gehen wir Gehen wir Gehen wir Gehen wir So, die haben die nächste Stufe erreicht. Die sind bald wieder in der Stadt. Ich würde aber sagen, wir speichern hier jetzt mal. Wir haben jetzt für den Anfang, denke ich mal, genug von dem Spiel gesehen. Also mache ich jetzt hier einen Cut, lade die Folgen als Let's Show hoch und ihr sagt mir, ob ihr mehr davon sehen wollt. Wenn ja, mache ich daraus ein normales wöchentliches Let's Play, parallel zu einem anderen. Wenn nicht, dann war es das mit dem Let's Show hier. Also, ich hoffe, euch hat der erste Einblick gefallen. Man sieht, das Spiel ist alt. Es ist auch nicht einfach, das Spiel, wie man merkt. Aber es macht mir relativ viel Spaß. Also, meldet euch. Und hi ho. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.